Ja, natürlich bleibt genau hinter dem Ding da. Also ungefähr die einzige Position, die ich nicht erschütten konnte, da bleibt nicht erschütten. Ah! 29 ist weg. Ein bisschen mehr lautstammt. Da plötzlich einlecht der Sound. Und da geht es ganz lang. Ich muss sofort das Schwein auf. So, dann geht es hier rein. Weedipack. Wir haben das gerne gesehen. So, da ist ein Raum mit... ...Laserüberwachung. Es ist ja auch logisch, dass mein Laserstrahlen mit einem Nachtsichtgerät sehen kann. Oh, nicht. Ganz schnell rein. Jetzt will ich aber doch mal sehen, wer da Licht gemacht hat. Oh! Eins, zwei... ...drei... ...einer in der Ecke. Dahinten ist jetzt schwer zu sehen. Ich meine, es wären drei gewesen. Links kommt jetzt... ...noch einer, oder? Eins, zwei. 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 der hier wieder rüber kommt. Ich weiß nicht, aber nicht damit. Mal schauen, was passiert. Sind da ein paar wieder abgehauen einfach. Ach, da ist noch einer. Jetzt will ich die Frage, ob der von draußen rehen wird. Oh, der kann ruhig von hier liegen bleiben. Oh, der hätte ich auch nicht weggelegt. Wir brauchen... Da gefällt mir die weg. Er kam hier her? Nein. Aber für diesen brauche ich kein Gewehr von Gold. Ich kann wohl doch hier her. Der ist später hier rumgegangen. Ich kann wohl doch hier her. Der ist erst später hier rumgegangen. m Musik ist auch wieder aus Oh, dreimal later. Versuchen wir das mal. Ah, sehr schön. Upsala, Vorsicht, junger Mann. Ja, komm. Mal zu hoch, zu tief, beziehungsweise es ist eben zu tief zum Springen. Wie schalten wir die jetzt am besten aus? Vielleicht ist es Teil dieser Nikolaus-Business. Puh, okay, die gehen wieder runter. Die Frage, sind die jetzt schon aufgeschreckter, wegen dem einen Schuss? Weil dann müsste ich da drüben den... Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Fangen fire! Watch it! Move! Watch it! Show yourself! Okay, ich kann nicht... You can't hide from me! Show yourself! You can't hide from me! Show yourself! Wo bremst du denn hin? Okay... Wo waren das alle? Einfach so... So, du darfst hier schön in die Ecke... Ah, ein Millifekt! Da kommt er nicht lang... Der hat ein Satchel... Schauen wir mal... Nein! Noch ein Satchel! 721... Gut... Erstmal... Ach so, ja... 721... Ich habe da auf den Lichtschalter gehofft, aber das war es dann doch nicht... Na, den kann ich aber hier noch nutzen... Okay, Patrouille... Einer von hinten... Zwei von hinten nach vorne... Und einer rechts... Und einer von links... Vielleicht kann ich hier... Das Licht ausmachen... Ohne dass direkt jemand... Total... Misstrauisch wird... Ich hab's doch noch gar nicht ausgeschossen... Über hinten, die sind stehen geblieben... Must have been nothing... Ja... Åh... Ich hab's doch noch gar nicht ausgeschossen... Das war nicht einmal der Gewicht dann, oder? Ich hab's doch... Ich hab's doch mal mit... Und ich hab's doch noch nicht ausgeschossen... Ich hab's doch das... Maybe it was a shot. Maybe it was nothing. Hoffen wir mal, dass das gegen Entdeckung reicht, aber hier in dem Ding ist natürlich auch so ein Lichtbömmel. Maybe it was a shadow. Hier seid ja... ...dingerlich. Wenn ihr jetzt noch wieder hell ankommt. Nein. Ach, dieser Stress. Ich werd echt zu alt dafür. Was? Oh. Kommt jetzt aber nicht hinter mir her. Nein. Okay. Ja, toll. Manchmal nicht dran. Gebt mir alle eures Hatschel. Dann mach ich gleich das bisschen mehr aus und dann passt das. Dann müssen wir auch reinschauen. Ah, ein Biddybeck. Oh, was das? Okay. Ich habe das was. Ich habe das Gefühl. Was hast du? Ich habe das Gefühl. Interrogation, torture und... Oh, Christ. Was? Die Ark ist ein Saddam. A what? Ein Special Atomic Demolition Munition. Du meinst eine Nuclear Suitcase Bomb? Ja. Ich komme zurück zu dir. Die Ark ist die Mission, Fischer. Entschuldigung. Es ist in einem Schiff, in einem Schiff in der Bibliothek. Locked by Scanner in Nikolad's retina. So ich brauche Nikolad's alive, um die Ark zu bekommen? Das stimmt. Oh, der Sau ist heiß. Kann ich den drauf? Nein. Das ist dein Freund. Oh, noch ein neuer. Auch hier. Wer geht da? Was ist das? Da ist noch eine unkaputzbare Kamera. Ich weiß jetzt nicht, ob die von hinten hinterher gebracht wurden, weil die Wettlautsch geworden sind. Die Reden sind so einfach nicht. Das sieht ja zumindest vom Licht her schon mal viel angenehmer aus. Jetzt ist mir die Kamera auch egal. Was haben wir denn dahinter? Oh, das war ich aber nicht, oder? Was haben wir denn da? Ich habe die Kamera nicht gesehen. Ah, da haben wir 66768. Ach, Quatsch. 3, 7, 6, 8. Ich darf gerade jetzt. Zwei Wachen gehen im Kreis. Wo ist denn? Spannende Musik, Spannende Musik. Nein, 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 nein. Bis zum nächsten Mal.